Hey, ich bin's Marcel. Ja, was sich meine Schwester heute wieder geleistet hat, ey, das ist wieder unterste Schublade. Ich mein, ich hab auch langsam keinen Bock mehr da drauf. Da ich heute mit Joe geredet hab, das hab ich jetzt einfach nur ihr zuliebe getan, weil es einfach meine kleine Schwester ist. Ab sofort soll sie selber gucken, wie sie ihr Leben geregelt bekommt. Und sie sollte jetzt auf jeden Fall was einfallen lassen, damit sie sich wieder mit Joe irgendwie, ja, auf einen Nenner kommt. Weil ich halt mich da ab jetzt raus. Vielen Dank.